Dieser gebrauchte Renucleo steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem grauen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 43.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2014. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Alufelgen, Bordcomputer, ESP, Einparkhilfe, und noch vieles mehr. Das 5-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 90 PS. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,9 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen.